Herzlich willkommen zu unserem Kurztutorial Digitale Medienauswertung mit der PMG Presse-Datenbank. Sie sind Pressesprecher oder Kommunikationschefin und in Ihrem Haus auch für die Medienauswertung und Analyse verantwortlich? Sie möchten jederzeit informiert agieren können, indem Sie die Berichterstattung über Ihr Haus und das Umfeld im Blick haben, verfolgen, wie Produkte und Kampagnen in den Medien dargestellt werden, Ihre Stakeholder rechtzeitig mit den relevanten Informationen zum Mediengeschehen versorgen. Wie Sie diese Ziele erreichen, erfahren Sie in den folgenden zwei Minuten mit einem Blick in das Medienanalyseportal PMG MediaMeter. Sehen Sie anhand des Beispiels der DAX Automobilhersteller, wie schnell und einfach Medienanalyse heute sein kann. Nach dem passwortgeschützten Login gelangen Sie zur Übersicht mit direktem Zugriff auf folgende Bereiche. In den Einstellungen bearbeiten Sie Ihre Themen und Analyseobjekte oder richten Ihren Account individuell ein. Die Quick Stories liefern sofort nach Einrichten Ihrer Topics automatisch erste Analyseergebnisse und fertige Auswertungen. Drei voreingestellte Dashboards beantworten Ihnen so die klassischen Fragen des Kommunikationscontrollings. Im Bereich Erfolgscontrolling messen Sie Ihre mediale Präsenz, die Tonalität der Themen sowie die Verteilung nach Regionen und Mediengattungen. Sie identifizieren Kontextthemen und beobachten das Ranking der Meinungsführer. Beim Issue-Tracking erkennen Sie schnell aufkommende Themen, identifizieren sofort schwache Signale und erfassen die positiven und negativen Beiträge sowie die damit verbundenen Schlagworte, Personen, Organisationen und Orte. Und im Kampagnenmonitoring überwachen Sie den Verlauf Ihrer Kampagnen und dokumentieren Erfolge. Sie identifizieren Keywords, messen die Kampagnenperformance und vergleichen mit vorangegangenen Aktionen. Im Bereich Analytics gelangen Sie zu den Analysen Ihrer Themen. In den Reports und Alerts erstellen, senden und planen Sie benutzerdefinierte Reports. Über die Dashboards finden Sie Ihre individuell eingerichteten Analysen mit den wichtigsten Ergebnissen auf einen Blick. Dashboards lassen sich bearbeiten, kopieren, exportieren oder zu einem Report hinzufügen. Für ein professionelles Reporting geben Sie Analyseergebnisse als Berichte in verschiedenen Dateiformaten aus und mailen Sie automatisiert zu regelmäßigen Terminen an Kollegen oder Kunden. Die Recherche, Zusammenstellung und Versendung der relevanten Berichterstattung ist so in einem Tool gebündelt. Hier noch einmal die wichtigsten Vorteile auf einen Blick. Sie erstellen Ihr Kommunikationscontrolling selbstständig per Mausklick. Von Präsenz über Reichweitenanalysen bis hin zu Tonalitäts- und Kontextauswertungen. Sie recherchieren ad hoc tagesaktuell und bis zu einem Monat rückwirkend. Und erstellen fortlaufende Langzeitanalysen für Ihre Themen und Fragestellungen. Sie erhalten Zugriff auf die größte tagesaktuelle Presse-Datenbank im deutschsprachigen Raum mit über 2.400 Print- und Online-Titeln und mehr als 200.000 Beiträgen täglich. Sie profitieren von automatisiertem Reporting mit Echtzeitalert. Und vorkonfektionierten Analyseberichten mit Direktversand an Sie und Ihre Stakeholder. Nutzen Sie unsere Festpreispakete mit individuellen Leistungserweiterungen. Überzeugen Sie sich selbst von der einfachen Nutzung der PMG-Pressedatenbank und des Analyseportals PMG MediaMeter. Testen Sie jetzt eine Woche kostenfrei. Ihr Testaccount ist garantiert unverbindlich und endet automatisch. Melden Sie sich am besten gleich an, telefonisch oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Sie! Testen Sie sich am besten an, telefonisch oder per E-Mail.